Bargeld, bald Geschichte? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar geben wir in ein neues Video rein, welches heißt Bargeld, bald Geschichte? Das ist von Interessante Welt, meine lieben Freunde. Ich bin mal gespannt, man hat es ja schon öfter gehört am Rande, dass Bargeld abgeschafft werden soll und dass es sich in eine Richtung bewegt, wo eventuell irgendwann eine digitale Zentralbankwährung, also eine sogenannte CBDC an den Start kommt und das wäre halt eine Sache, die für uns Bürger nicht gut wäre. Also das wäre eine Sache, die für uns Bürger meiner Meinung nach definitiv nicht gut wäre, weil dann die Möglichkeit zur Kontrolle noch viel extremer wird. Und wenn das dann noch mit einem Social Score Credit System irgendwie kombiniert wird, dann sind wir eigentlich am Arsch, meine lieben Freunde. Ja, deswegen, wir gucken mal, was der Jutsi hier zusammengefasst hat. Liebe geht raus, lasst einen Daumen nach oben, da schreibt einen Kommentarchen, abonniert den Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Seit Jahren wird darüber spekuliert, ob es irgendwann digitales Geld geben wird und vielleicht sogar Bargeld komplett abgeschafft wird. Ob das wirklich passieren wird und was die Folgen wären, schauen wir uns in diesem Video an. Interesting. Erst muss man klären, worüber genau gesprochen wird. Wenn Sie die bloße Aussage meinen, dass Bargeld nicht mehr benutzt wird, sondern die elektronische Fassung dieses Geldes, dann sind wir fast schon in dieser Welt. Ja, ich weiß nicht. 80% allen Geldes ist digital? So in dem Dreh? Man kann mit Kartenzahlen, U-Karten, Smartphones und sogar mit RFID-Chips, die unter der Haut implantiert werden. Alles längst Realität. Doch theoretisch könnte man ja jederzeit Bargeld abheben. Wenn alle Menschen jetzt zur Bank gehen würden in Deutschland und sagen würden, ich will mein Geld abheben, so, würde nicht funktionieren. Ist nicht da. Was ist also eine digitale Darstellung real existierender Währungen? Die Geldscheine müssen selbst nicht existieren. Nur die Währung. Tatsächlich wird nämlich mit Geld gehandelt, das gar nicht existiert. Denn die Banken leben ja gerade davon, dass nicht jeder gleichzeitig sein Geld abhebt. Facts. Auch Teilreserve-Banksystem genannt. Sie müssen nur einen Bruchteil der Einlagen als Reserve haben und können den Rest für Kredite und andere Investitionen nutzen. Das Gute bei der Sache ist, meine lieben Freunde, die haben nicht mal mehr einen Goldstandard. Das heißt, die müssen nicht mal einen Wert hinterlegen. Ist egal. Die können so viel Geld drucken, wie die wollen. Weil das Geld muss nicht an irgendeinen Wert gekoppelt sein, wie Gold zum Beispiel. Ist egal. Das ist so crazy, wenn du überlegst. Und wenn die jetzt noch das Papiergeld abschaffen, dann ist es rein digital. Dann können die einfach aus nichts, die können einfach Computer aufmachen, eine Null hinten dran packen. Boom. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld hier bei uns in der Federal Reserve. Wir als Bürger können das natürlich nicht machen, weil wir müssen natürlich in der Sklaverei drin stecken bleiben. Aber die können so Geld drucken und Geld einfach digital erstellen, so viel sie möchten. Deswegen ist diese ganze, meiner Meinung nach, also ich habe mich in letzter Zeit immer ein bisschen mehr, mehr noch mit dem Thema auseinandergesetzt. Krypto, Bitcoin, Bitcoin und Ethereum vor allen Dingen, wird glaube ich immer wichtiger in Zukunft für uns. Gerade für uns Freidenkenden. Also, digitale Darstellung real existierender Währung. Wenn man aber meint, dass wie bei der Kryptowährung Geld digital eine wertreiche Existenz besitzt, wie zum Beispiel über die Methode Blockchain, dann wird es komplizierter beziehungsweise im Ergebnis einfacher. Dahin soll es in der nächsten Zeit tatsächlich gehen. Neben den schon vorhandenen digitalen Zahlungsmöglichkeiten soll auch zum Beispiel der Euro digital werden. Dann sind wir gefickt. Doch wieso? Was bringt uns der digitale Euro jetzt noch? Kontrolle. Der Sponsor des heutigen Videos ist Flexis. Flexi, jeden. Da sind wir. Guck mal. Guck mal, wieder fünf, sechs kleine Sims, eine große Frau in Form eines Baumes. Und dann geht's los hier. Schön die Jungs umbringen und dann als... Guck mal. Die bringt die Jungs um und nimmt die dann als Nahrung für ihre Wurzeln. Rough. Also, die Simp-Werbung ist echt verstörend as fuck. Der macht einfach Werbung für einen Sessel. Heftig. Die banalsten Anfänge mit eingeschlossen betreiben wir Menschen Wirtschaft und Ökonomie vielleicht seit einigen tausend Jahren. Grundgedanke ist, von den Gütern der Erde zu profitieren. Im System haben wir noch viele Problemstellen. Stell durch eine Zivilisation vor, die hunderttausend Jahre Wirtschaftserfahrung hat. Sie haben ein System mit künstlicher Intelligenz entwickelt, in der alles automatisch funktioniert und die Menschen kaum bis gar keine Arbeit leisten müssen. Vielleicht ist das überhaupt keine Utopie, sondern scheint deswegen so weit entfernt, weil die falschen Komponenten in unserem System aufgeblasen werden. Vielleicht ist das System komplett auf der falschen Spur und wir kümmern uns nur um die Symptome, anstatt um die Kernprobleme. Die Kryptowährung Vielleicht ist das gewollt. Stell nur Fragen. Die Kryptowährung hatte für einige das Potenzial, die Grundlage für ein friedliches, faires System zu sein. Doch Kryptowährungen sind dezentral. Jeder Computer, der Bitcoin errechnet und transferiert, ist Teil des Netzwerks. Das heißt, es gibt keine zentrale... Schwieriger geworden aber, Bitcoin zu meinen, ne? Und bald wird es auch zu Ende sein. Ich sag euch, bevor das Programm zu Ende gelaufen ist und keine neuen Bitcoins mehr erstellt werden können, muss man Bitcoins haben. Weil ich sag dir ehrlich, ich glaube, wenn man keine Bitcoins mehr auf irgendeine Art und Weise meinen kann, dann wird das Ding richtig heftig durch die Decke gehen. Partei für Geldpolitische Richtungsentscheidungen Wie sehr kann sich ein solches scheinbar unabhängiges System durchsetzen? Die chinesische Regierung versucht seit Jahren, die eigene Digitalwährung voranzutreiben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die meisten Länder hinterherziehen. Mhm. Safe. Die bereiten das alles schon vor. Schauen wir uns, den digitalen Euro mal genutzt. Da sind wir aber alle schon... Da sind wir schon alle nicht mehr im Leben. Ich weiß, echt, ja? Wie viel Bitcoin kann man denn noch machen? Kennt sich einer da aus? Als grundsätzliches Ziel wurde das Jahr 2028 anvisiert. Die Europäische Zentralbank ist seit... Also die CBDCs werden wir auf jeden Fall noch mitbekommen. ...jahren an der Sache dran. Insgesamt 21 Millionen. Kann man noch machen? Krass, Digga. Und es ist schwieriger geworden, ne? Der Cap ist bei 21 Millionen. Okay, wie viel gibt's schon? Geldüberweisung. Wie viele Bitcoin gibt es auf der Welt? Im Januar 2024 gab es rund 19,6 Millionen Bitcoin weltweit. Diese Zahl ändert sich etwa alle 10 Minuten, wenn neue Blöcke gewonnen werden. Im Durchschnitt werden 1800 Bitcoin pro Tag gewonnen. Die Gesamtzahl an Bitcoin, die es jemals geben kann, ist 21 Millionen. Bruf, es gibt schon 19,6 Millionen im Umlauf. Das ist nicht mehr viel. Wieso werden wir das nicht mehr mitbekommen? Werden wir doch mitbekommen noch. Oder nicht? ...weit erhofft man sich dadurch. Im ersten Gesetzesentwurf der EU-Kommission steht die Hauptbegründung für den Umstieg. Der Hauptgrund für die Schaffung des... Nicht schwieriger, sondern anspruchsvoller, was die Geräte betrifft. Also von der Kapazität her, wa? ...digitalen Euro besteht darin, dass Zentralbankgeld in physischer Form, das heißt Bargeld, im digitalen Zeitalter allein nicht ausreicht, um die europäische Wirtschaft zu stützen. Das Zentralbankgeld in physischer Form, das heißt Bargeld im digitalen Zeitalter alleine nicht ausreicht. Was ist das denn für eine blöde Ausrede? Mann, das Geldsystem ist einfach im Arsch, weil ihr so viel Geld druckt, dass das Geld an Wert verliert. Ihr druckt ja Geld ohne eine Begründung, also ohne, dass das Goldstandard oder irgendeinen anderen Standard hinter sich liegen hat. Und dadurch wird das Geld halt immer weniger wert, umso mehr ihr druckt. Und das Geldsystem ist gerade kurz vorm Kollabieren. Und deswegen wollt ihr eine digitale Kryptowährung einführen, eine neue Währung, nochmal neu starten, digital. Und hofft darauf, dass dadurch die Währung stabil bleibt, weil ihr dann noch mehr manipulieren könnt und vor allen Dingen uns noch mehr kontrollieren könnt. Ein erstmal plausibler Grund, doch es ist auch eine strategische Sache. Denn beliebte Zahlungen über Visa, Apple oder Paypal werden über amerikanische Anbieter abgewickelt. Weiterhin könnte es Grundlage für neue Finanzinnovationen sein. Im Rahmen von Industrie 4.0 könnte es einige Komponenten unterstützen, zum Beispiel für eine zukünftige Maschine-zu-Maschine-Zahlung. Wenn dein selbstfahrendes Auto künftig selber tanken soll oder sogar selbst Geld verdienen soll, indem es auch andere Menschen fährt, dann sind auch solche automatischen Zahlungen notwendig. Ich sage auch, dass in den nächsten 100 Jahren kein autonomes Fahren mehr... Heißt das autonom, wenn man selber fährt? Ne, ne? Autonom heißt, wenn man nicht selber fährt, ne? Also ich sage, dass in den nächsten 100 Jahren keine Autos selber mehr gefahren werden. So. Ich sage, dann wird alles gesteuert. So wie Cat Williams auch in Joe Rogans Talk so. Das hat er auch gesagt. Ich glaube, dass wir dann selber nicht mehr lenken können, sondern alles gesteuert wird und damit dann... Und sie verkaufen uns dann so, ja, okay, da gibt es auch keine Unfälle mehr und dann ist alles nice und keine Menschen müssen mehr sterben und so, wenn du nicht selber fährst. Also ich sage, wir können nicht mehr selber fahren in den nächsten 100 Jahren. ...sucht also auch vorauszudenken. Es soll zwar den Bitt... Sonja und Deos diskutieren gerade ein bisschen über digitale Währungen. Sonja sagt niemals digital, Deos sagt, aber man kann das auch auf dem Wallet auszahlen lassen. Also ich war auch lange skeptisch gegenüber diesen Kryptowährungen, aber es ist halt wirklich eine Alternative, so eine Alternative, die dieses System ausschließt, so. Wenn du Banküberweisungen machst, du kannst, ich kann eine halbe Million Euro jetzt an Deos überweisen, ohne dass irgendein Staatsorgan da irgendwie was mit zu tun hat oder das nachvollziehen kann. Das ist eine Sache, die macht uns frei und Freiheit wird in Zukunft immer wichtiger werden, gerade wenn die unser ganzes Geld kontrollieren, wenn es kein Bargeld mehr gibt und du nur noch diese digitale Zentralbankwährung hast, dann ist jeder einzelne Kauf, jede einzelne Transaktion, alles was du tust und machst, kontrolliert. Und die können mit einem Knopfdruck all dein Geld lahmlegen. Die können das an ein Ablaufdatum koppeln. Die können so viel tun dann. Das wird so wichtig sein, dass du dann eine unabhängige Währung am Start hast, wo die dich nicht so kontrollieren können. Wenn ähnlich sein, dennoch wichtige Unterschiede haben. Zum Beispiel soll er nicht in seiner Menge begrenzt sein. Aber das liegt auch mit dem Alter zusammen, glaube ich. Sonja ist, glaube ich, in ihren 50ern schon und ich kenne viele Leute, gerade im Alter, die da skeptisch sind, weil die das ganze Thema nicht richtig verstehen. Aber beschäftige dich mal mit Blockchain, beschäftige dich mal mit Kryptowährungen und dann wirst du ganz schnell die Vorteile sehen. Ganz schnell. Fairerweise muss man sagen, dass es so geplant ist, dass Bargeld noch weiter existieren soll und der digitale Euro nur eine Ergänzung dazu sein wird. Doch wir wissen auch, wie schmackhaft uns diese Dinge präsentiert werden, sodass die Tage des Bargelds gezählt sind. Eos sagt, ich war auch sehr skeptisch, aber wenn man die Technik gecheckt hat, dann ist das echt gut. Ja, ja, man muss, ich war auch skeptisch. Das ist noch gar nicht lange her, wo ich extrem skeptisch war. Und man muss halt wirklich, wir sind halt in einer Zeit angekommen, wo man sich Alternativen auch open-minded anschauen muss. Weißt du, nicht von vornherein sagen, so wie Sonja, das ist eine Falle und nein und digital und das ist alles ein Scam und da ist auch die Regierung involviert und dies, das. Man muss halt Alternativen echt open-minded gegenüber sein, weil, ja, die versuchen halt alles so zu machen, dass es keine Alternativen mehr gibt. Weißt du, und wir brauchen halt Alternativen, wir brauchen Ausweichmöglichkeiten. Interessant ist der Punkt Anonymität. Auf dem Deutschen Sparkassentag 2023 sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, der digitale Euro wird nichts anderes sein als Bargeld in digitaler Form. Wahrscheinlich nicht so anonym wie Bargeld, aber außer respektvoll gegenüber der Privatsphäre der Menschen. Die Privatsphäre soll gewährt bleiben. Das Finanzamt in Deutschland ist aber auch schon so weit. Sie wollen von mir auch schon die Angabe meines Kryptovermögens. Echt, ja, wollen die, aber die, du musst es nicht angeben, oder? Oder, das ist ja kein Gesetz, haben die das schon zur Pflicht gemacht? Das Ding ist doch, die können doch gar nicht, wenn du einen normalen Bank-Account hast, dann kann das Finanzamt ja wirklich auf dein Bankkonto zugreifen. Die können das ja fänden, so. Und dann haben die einen Zugriff darauf. Aber die können ja nicht dein Krypto-Wallet fänden. Das geht ja nicht. Weißt du, wie ich meine? Die können ja gar nicht richtig feststellen, wie viel Krypto du hast oder nicht hast, so. Du kannst ja auch anonyme Accounts machen, so ohne Namen, das ist ja nur eine Zahl. Aber gleichzeitig soll Geldwäsche eingedämmt werden. Wie diese beiden Aspekte gleichzeitig erfüllt sein werden, hinterlässt noch Fragen in den Köpfen. Du fragst dich, was die treibende Kraft des Ganzen ist. Ganz unauffällig, während alle das Augenmerk auf dem Nahostkrieg haben, passiert etwas Besonderes. Führende Politiker und Vertreter aus elf Ländern kamen zusammen für den Start der sogenannten 50 in 5 Kampagne. Ziel der Kampagne ist es, in 50 Ländern innerhalb von fünf Jahren, also bis 2028, mindestens eine Komponente der DPI, Digitale Öffentliche Infrastruktur, zu schaffen. Die Kampagne hat viele bedeutende Kooperationspartner, unter anderem die Bill & Melinda Gates Stiftung. Was ist das DPI genau? So etwas wird uns hier in Deutschland gar nicht erzählt, wobei doch unser Leben verändert werden soll. Elemente der DPI sind digitaler Ausweis, digitale Zahlungen und Datenaustausch. Will der einzelne Bürger diese Entwicklungen überhaupt? Wenn du mit Bargeld... Den einzigen Bürger juckt halt nichts mehr, weil ihr den einzelnen Bürger auch richtig schön abgelenkt habt und den ganzen Tag mit irgendwelchen Themen vollmüllt, dass er sich über solche Sachen gar keine Gedanken machen kann, was er überhaupt will oder nicht, weil er die ganze Zeit abgelenkt ist oder sich aufhetzen lässt gegen eine andere Menschengruppe, die eine andere Meinung hat. Und das ist jetzt noch nicht interessant für mich persönlich. Wenn ich jetzt mit Karte bezahle, ist mir egal. Aber ich werde ja jetzt schon auf YouTube etc., werde ich ja schon krass... Die Hexenjagd geht ja immer noch weiter seit Corona, weißt du? Und ich denke mal, irgendwann wird vielleicht ein Zeitpunkt kommen, wo es soweit ist, dass meine politischen Statements einen negativen Effekt auf meinen Social Score haben werden und dann auch auf meinen Wallet haben werden. Und dann ist es halt wirklich interessant. Dann ist es wirklich interessant, weil dann braucht man Möglichkeiten außerhalb des Staates Geld zu verdienen, Geld zu schicken, Geld zu machen und diese ganzen Sachen so, weißt du? Deswegen, ja. Die einzige Alternative jetzt gerade in meinem Head ist halt einfach Krypto. So. Ich habe keine andere Alternative, wenn ich darüber nachdenke, wie es weitergeht und wie sich das zuspitzen wird. Mit der digitalen öffentlichen Infrastruktur hinterlassen wir überall Spuren. Datenschutz? Es gibt immer irgendwelche Leute, die deine Daten kennen. Als es diese Systeme nicht gab, also als du eben nicht zum Beispiel im Café oder Restaurant den QR-Code scannen musstest oder jederzeit im Internet deine Daten weitergibst, wenn du dich einloggst etc., warst du anonym. Das ist krass, Mann, Alter. Selbst wenn wir nicht bezahlen, wenn wir die Apps benutzen, wenn wir unterwegs sind und Google Maps und hier und da. Bro, Alter, man kann, wenn man will, jeden einzelnen Schritt. Also ich sage dir, dass teilweise diese Unternehmen mehr über uns wissen, als wir über uns selber. So. Weil die noch Algorithmen haben, die ausrechnen können. Die können schon Vorhersagen machen. Wann wird der Flash Kinder bekommen? Wie oft ist der auf Dating-Apps unterwegs? Das, dies, bla, bla, bla. Also diese ganzen Sachen. Was könnte der als nächstes gebrauchen? Was könnte das nächste Thema sein, mit dem er sich beschäftigt? Boah. Heute weiß man ständig, wo du bist, was du machst, was du gerne isst, hörst, kaufst und trägst. Heute kennt man den Konsumenten so. Einer sagt nur, Bitcoin ist eine Alternative, nicht Krypto. Also ich glaube, Bitcoin und Ethereum, Digga, weißt du? Es gibt natürlich auch viele Scam-Coins. Gebe ich dir recht. Sehr viele. Gut, dass man ihn sogar in eine bestimmte Richtung lenken kann. Das Sozial-Punktesystem in China zeigt uns, welche Dimensionen die Überwachung und Kontrolle erreichen kann. Wild Es gibt reichlich Kritik an der Sache. Während für einige die Prophezeiung des Neuen Testaments wahr wird, dass irgendwann niemand mehr ohne die Zahl des Teufels kaufen oder verkaufen wird und dass sogar die schwarzen Striche im Barcode wie eine Antenne wirken und das Produkt mit negativer Energie aufladen, Boah, ey, das ist jetzt miese Mystik, Bro. Bleiben andere erst einmal bei den trockenen Fakten und sehen trotzdem... Kannst du mit... Kannst du dir mit Krypto Brot kaufen? In manchen Ländern, ja. Ich glaube hier in Lateinamerika... Venezuela? Es gibt auf jeden Fall ein Land hier in Lateinamerika, was Bitcoin oder Krypto als Zahlungsmittel komplett landesweit Dings gemacht hat. Also es gibt auch schon den ein oder anderen Kiosk und die ein oder anderen Läden El Salvador. Ja, 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 ja. In Berlin kann man auch viel mit Krypto bezahlen. Ja, auch selbst in Spätis und so. Ja, wird immer mehr werden. ...linige Probleme. Der Antrieb, ständig ins Elektronische umzusteigen, obwohl man weiß, dass zum Beispiel Sonnenstürme, deren Auftreten in den nächsten Jahren angenommen wird, komplett diese Systeme lahmlegen. Du kannst bei Binance eine Karte bestellen für 10 Euro und dann kannst du alles mit Krypto zahlen. Krass! Dann transferiert der quasi dann direkt in die Währung, wo ich gerade bin, wa? ...ist fragwürdig. Nochmal als Erinnerung. Geld ist dann nicht nur die Darstellung real existierender Währungen, sondern es existiert komplett elektronisch. Damit wären sie bei einem Ausfall der Systeme auch komplett weg. Wir wissen aus der Vergangenheit... Das ist auch eine Sache, wenn alles wirklich alles zusammenbricht, dann wäre Bitcoin natürlich auch weg. Und Kryptowährung. Wenn wirklich alles zusammenbricht, wenn wir an diesen Punkt kommen sollten, dann zählt nur noch Gold und Silber. Aber die Frage ist, bricht irgendwann alles zusammen? Also wie gesagt, ich würde eh, wenn ich jetzt wieder mehr Geld machen würde und Geld zum Investieren frei hätte, dann würde ich auch divers einfach, weißt du, versuchen, mein Geld anzulegen oder zu investieren. Du kannst ja nicht nur in eine Sache bauen. Gold, Silber, Krypto, Häuser vielleicht, Land. Weißt du, man muss ja immer sich so breit wie möglich aufstellen, falls irgendwas passiert. Wie ernstzunehmend Stromausfälle sind. Die gleiche Kritik geht übrigens auch an beispielsweise Elektroautos. Wir machen uns immer mehr vom Strom abhängig. Facts. Strom ist auch eigentlich umsonst. Tesla, man. Doch trotz der ganzen Punkte ist diese Welle nicht aufzuhalten. Digitales Geld wird mit hoher Wahrscheinlichkeit bald Realität. Ja, okay, aber ist ja egal, wenn wirklich alles zusammenbricht, ist Gold und Silber ein Scheißdreck wert. Nee, nee, Bro. M-m. Es gab ja die Phase in Deutschland, wo Geld nichts mehr wert war, ne? Wo du ein Leibbrot eine Million Euro gekostet hast. Nach dem Zweiten Weltkrieg oder war das nach dem Ersten? Nach dem Ersten, glaube ich, ne? Wo Geld auf einmal nichts mehr wert war. Riesige Inflation. Keiner konnte mehr sich Essen leisten, etc. pp. Und dann hat, da habe ich einen Bericht drüber gesehen, dann hat einer mit einer Goldmünze einen ganzen Komplex gekauft. Einen ganzen Lagerkomplex mit mehreren Gebäuden und Grundstück. Mit einer Goldmünze. Also wenn so ein Systemzusammenbruch stattfindet und so, glaub mir, du wirst mit diesen mit diesen Edelmetallen wirst du dann schon was machen können. Es wird halt wild, weil die werden dich wahrscheinlich dafür umbringen wollen. Aber das ist das Letzte, was Wert haben wird. Crazy Stuff feiere ich. Gutes Video. Ich finde die Recherche immer sehr interessant, wenn es um diese ganzen Themen geht, die in der Zukunft eventuell kommen könnten. Einfach, dass man sich auch ein bisschen darauf vorbereiten kann. Und ich sage, weil ich habe das hier im Chat gemerkt, manche Leute sind halt extrem closed minded, wenn es um diese ganzen Sachen geht. Aber ich glaube halt wirklich, dass wir immer relativ offen sein müssen für verschiedene Alternativen. Wenn wir wirklich noch unsere Freiheit behalten wollen, müssen wir, dürfen wir nicht sagen, nein, 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 ich will so bleiben, wie es jetzt ist. Sondern wir müssen halt in die Zukunft gucken und gucken, okay, was könnten Alternativen sein? So. Und einfach open minded bleiben und sich das wenigstens mal anhören und sich ein bisschen informieren. Das würde ich euch auch raten, meine Freunde. Schreibt eure Gedanken natürlich unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.